Der erste Fußballer als Gast bei Dime Time, geboren in München, 1860 und später dann beim FC Bayern die komplette Jugend durchgemacht mit 31 Spielen und sechs Vorlagen aus der letzten Saison für Dynamo Dresden. Vielleicht kennt ihn jetzt schon einer oder andere von euch. Frisch aus dem Malle-Urlaub zurück, Jonathan Meyer. Wake up, wake up. Ey, neue Welt für mich, diese Discord-Miscord, ey Jungs. So, nochmal ein herzliches Wake up, wake up an Joni. Joni, hast du ein bisschen gehört, wie ich dich angeteasert habe? Ja, habe ich ein bisschen gehört. Mit Liebe, mit Liebe. Mit Liebe. Schön, dass du am Start bist auf jeden Fall. Du bist der erste Gast, der es bei uns reingeschafft hat. Freuen wir uns darüber auf jeden Fall. Chat, falls ihr ihn nicht nochmal kennt, Jonathan Meyer, Dynamo Dresden, letztes Jahr sechs Scorer-Punkte gemacht, fast in jedem Spiel Stamm gespielt. Erzähl mal, Habibi, wie war dein Malle-Urlaub erst mal? Du warst ja jetzt im Urlaub, Alter. Ja, war schön, aber ich war nicht am Ballermann. Ach, ich dachte, du warst Ballermann, Digga. Wo warst du? Nein, war entspannt. Entspannter Urlaub mit Freundinnen. Ach so, du hast den Wifi. Du hast den Wifi-Urlaub gemacht. Wifi, den Wifi-Urlaub. Ja, das ist doch stark. Wo wart ihr? Wir waren zuerst in so Landesinneren, in der Nähe von Mannaco. Ich weiß nicht, ob ihr das was sagt. Aber du bist, ach so, ihr wart auf Mallorca, aber nicht am Ballermann. Jetzt verstehe ich. Ich bin tatsächlich auch mit meiner, ich mache genau diesen auch mit meiner Frau. Ja, das sagen alle Fußballer immer, dass sie nicht am Ballermann waren. Nein, also ich wäre vielleicht nach der Saison mit ein paar Jungs aus der Mannschaft geflogen, aber das Ende war jetzt nicht so geil. Da habe ich das gelassen. Stark. Da bin ich direkt nach Hause geflogen und dann, ja, Mallorca entspannt. Ich wollte einfach mal gucken. Ich war noch nie auf Mallorca, um ehrlich zu sein. Wirklich? Ja, waren auch viele verwundert, aber... Als Fußballer ist es wirklich sehr unwahrscheinlich, dass ein Sportler noch nicht da war. Was heißt das ja unwahrscheinlich? Du freundest mich, weil ich davor noch nie in der Türkei war und sagst, ich bin ein Rassist? Ja, das ist aber auch Facts. Ja, okay. Ja, du hast jetzt gerade auch am Anfang noch angesprochen, Ende war jetzt nicht so saftig. Also der letzte Spieltag von Dynamo davor war ja aber eine richtig starke Rückrunde von euch. Wenn man sich die Hinrunde angeschaut hat, die war schon mehr oder weniger durchwachsen. Ich wollte dich aber persönlich fragen, weil du ja, du warst ja bei Bayern komplett die Jugend und 1860 habe ich mich ein bisschen erkundigt auf den, weißt du. Und... Auf www.zermarkt.de Bis denn? Ich feiere auch... www.zermarkt.de, Digga. Bester Freund, du weißt, du weißt. Aber jetzt hat man woanders aufgehört. Nein, gut. Der guckt woanders, Alter. Shit, du hast mich jetzt rausgebracht, Alter. Du warst schon mal bei Dynamo. Das wollte ich sagen. Ich war schon mal bei Dynamo, genau. Du warst schon mal bei Dynamo. Damals waren die auch dritte Liga. Ihr seid damals direkt aufgestiegen als erster Platz oder zweiter Platz, habe ich gesehen. Dann ein bisschen unterwegs gewesen. Wie kam das wieder, dass du zurück zu Dynamo bist? Also ich war... Wann war das? 2021 Saison, glaube ich, als wir aufgestiegen sind mit Dynamo. Und dann wollte ich... Also es war nur eine Laie. Und ich wollte eigentlich dann nochmal bei Dynamo bleiben. Das nächste Jahr. Dann ging es aber so ein bisschen darum, da müsste ich nochmal Vertrag verlängern bei Mainz. Weil ich war ja zu dem Zeitpunkt noch bei Mainz fest. Von Bayern zu Mainz, ne? Genau, genau. Aber ich war fest bei Mainz, also zu dem Zeitpunkt. Und dann war so ein bisschen Diskussion, die wollen nur nochmal leihen. Dann muss man erstmal so gucken, ob Mainz erstmal nochmal den Vertrag verlängert, um mich dann auszuleihen. Oder ob die da so mitspielen und sowas. Und dann war es eigentlich schon fast in der Phase, wo es geklappt hätte. Dann haben wir nochmal so ein bisschen auf eine Antwort gewartet von beiden Vereinen. Und dann hat sich das innerhalb leider kurzer Zeit wieder zerschlagen irgendwie. Das war krass, ne? Und dann war ich ein bisschen... Ich sag 91, ich sag, das ist ja krass. Ich mein, 21 hat das dann damals nicht geklappt. Dann bist du ja zu Rostock gegangen, ne? Genau, und dann bin ich... Daraufhin bin ich zu Rostock gegangen, genau. Aber auch noch mit dem Vertrag von Mainz, sozusagen? Auch noch mit dem Vertrag von Mainz, ja. Die haben trotzdem meinen Vertrag verlängert, Mainz, und haben mich dann nicht zu Dresden, sag ich schon, ausgeliehen, sondern zu Rostock nochmal ein Jahr. Ah, sehr stark, sehr stark. Sehr, sehr stark. Und dann... Ja, bei Rostock war es ein bisschen schwer, um ehrlich zu sein, die Saison. Ich hab zwar ein paar Einsätze, aber lief jetzt nicht so rund. Und, ähm, ja, dann wollte Mainz jetzt auch nicht mehr so extrem mich supporten und, ähm, ja, haben wir gesagt, dass es vielleicht nicht mehr so richtig ist, hier zu bleiben. Und dann haben wir nach einer Lösung geguckt, weil ich ja noch ein Jahr Vertrag hatte. Ja. Und dann, ähm, ja, ist wieder Dresden so ein bisschen ins Spiel gekommen. Das ist ja gut, dass man da nicht so im Bösen auseinander geht, ne? Das ist immer das Wichtigste, finde ich, wenn man auch seinen Job verlässt. Ein Tipp an die Leute da draußen, verkackt euch nicht mit deinen Arbeitgebern, weil man weiß nie... Ein Tipp an alle Fußballer, die gerade Tipps von mir haben wollen. Du weißt nie, ob du... Du weißt nie, wen du irgendwo mal wieder siehst und so, ne? Das ist schon so. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, Alter. Ähm, ja. Wie war's denn? Erzähl mal ein bisschen. Ich meine, das war, äh... Ich glaube, der Break war ja dann gegen Meppen irgendwie, ne? Ich hatte gesehen... Ja, Mann. Ihr hattet ja übelst die Winstreak des Grauens, sah richtig gut aus, aber auch wie verfickt eng war noch mal diese dritte Liga auch letztes Jahr. Es war ja wirklich zerrissen. Boah. Freiburg 2 da oben, alle hatten fast 70 Punkte gefühlt auch. Es war so übelst eng. Ähm, ja, Mann, also gegen Meppen, was da passiert? Die waren ja auch eigentlich eher ein schlechteres Team, ne? Die sind ja abgestiegen, glaube ich. Ja, aber du weißt selber... Also, ich weiß nicht, wie viele Spiele ihr in der dritten Liga und so geguckt habt, aber diese auch Vereine von unten, die haben auch Wiesbaden mal geschlagen, Saarbrücken haben die, glaube ich, geschlagen in der Rückrunde, Meppen... Uns halt noch geschlagen. Ja, Mann. Also, keine Ahnung, ging so... Gegen jede Mannschaft ist es irgendwie eklig in der dritten Liga. Du weißt, die sind schon abgestiegen, die können einfach so zocken, ein paar Jungs suchen noch neuen Vereinen. So, die juckt es auch nicht mehr, was die machen. Ja. Dann wäre es halt wahrscheinlich so gewesen, hätten wir die in der ersten Halbzeit 2-3-0 schon weggehauen, dann hätten die keinen Bock mehr gehabt und so... Du hast noch Elfmeter rausgeholt, ne? Genau, Elfmeter rausgeholt und dann habe ich noch eine Chance verballert, leider. Ja. Habe ich mir auch übel Kopf gemacht dann, so die ganzen Tage. Damn. Aber, ähm... Ja, und dann sind wir irgendwie in so einen Strudel reingekommen. Da haben wir so gelb-rote Karte bekommen, zweite Halbzeit. Ja! 68. Und danach habt ihr nur noch passiert. Genau. Also... Genau, 68. Gelb-rot. Und mit dem Freistoß, wo die gelb-rote Karte passiert ist, war es 1-1 bekommen. Und da war so ein bisschen Genickbruch. Hätten wir da kein Tor bekommen bei dem Freistoß, sag ich mal, bei der roten Karte, dann... Okay, vielleicht kannst du verteidigen, dass man noch gewinnt. Oder vielleicht unentschieden, so in letzter Minute oder sowas. Aber dann ging halt jeder Schuss rein bei dem. Stadion war da übertrieben gekippt einfach. Ja, genau. War in Meppen, ne? Meppen, das sind aber auch, das ist auch immer so diese Teams, die nichts zu verlieren haben, sind eigentlich immer die gefährlichsten Teams. Ja, eklig, eklig. Und Oldenburg genauso. Dann eine Woche drauf. 2-1 aber. Ja, auch nichts mehr zu verlieren. Ja, genau. 2-1 gewonnen. Ja. Ja. Shit, Alter. Ey, es war so knapp. Es war so knapp da oben. Ich hab nicht gedacht, dass diese Saison so viele Teams mitziehen. Die haben keine Punkte gelassen. Ja, wehen wie Spaten auch und so. Ich dachte, als die da oben waren, dachte ich so, ey, die werden bestimmt noch eins hacken, Alter. Ehrlich. Und dann, nachdem, wie das da auch abgelaufen ist, wie ist sie überhaupt nicht. Ich hatte Osnabrück gar nicht auf dem Schirm. Ich mein's ernst. Ja, wirklich aus dem Nix. Die sind gefühlt von Platz 6 auf Platz 2 im Direktaufstieg so innerhalb von einem Tag oder so gekommen. Richtig krass. Hätte uns auch passieren können, aber. Ja, ihr wart. Also nach der Hinrunde, muss man ja sagen, die war ja schon tough. Nach der Hinrunde dachte ich, das wird eh voll schwer. Und ihr wart übelst im Aufstiegsgame dann noch dabei, Alter. Wie war so dieser Turnaround? Hat man das so in der Kabine gespürt? Was war nach der, habt ihr so ein bisschen diesen... Ja, also die Hinrunde war schon richtig schlecht von uns, muss man schon, also was heißt richtig schlecht. Wir haben schon auch Spiele gewonnen, aber wir haben jetzt nicht gut gespielt. Und dann mit dem ersten Spiel nach der Winterpause, es waren ja noch zwei Spiele zu spielen von der Hinrunde. Ja. Da haben wir eigentlich, boah, Rückrunde mit den zwei Spielen noch dazu richtig gut auch dann gespielt endlich, als es mal drin war, so das ganze System und braucht immer so ein bisschen. Bist ja auch lucky, muss man sagen. Weil du bei einem Team bist, es ist zwar dritte Liga jetzt so, wenn man jetzt so guckt, aber Dynamo Dresden, die Fans, Digga, geistesgestört. Jeder hätte es ja auch Dresden gegönnt, aufzusteigen, weil sie gerne so ein Team mit solchen abgefuckten, verrückten Fans oben sehen würde, um es häufiger zu sehen. Ich meine, wer von uns hat jetzt schon ein Magenta-Sport, aber um das zu gucken, du hattest. Ich habe tatsächlich zwischendurch Games von Joni und so immer reingeschaut, tatsächlich. Ich habe das letzte Mal zur WM. Bei IPTV. Bei IPTV? Nein, ich hatte tatsächlich... Er hat das im Hintergrund. Ich habe wirklich mal bei Genta geguckt. Ich habe mich so richtig schön aufgemacht, weil ich habe ja auch gesehen, hier Arslan ist ja auch Todes, Ahmed ist ja auch Todes abgegangen. 25 Tore, 9 Scorer-Punkte auch, Alter, für die dritte Liga. Sehr, sehr stark. Übel. Wurde ja nicht gezogen von die Kaufoption von Dynamo. Ja. Ich habe ein bisschen gelesen, nach Berlin, wie ist das? Du weißt, ich will die Namen machen. Das habe ich auch gelesen, Mann, vor ein paar Tagen, dass Hertha an ihm interessiert ist. Ich schicke ihm eine Memo noch. Ahmed! Ey, ihn können wir haben. Auf jeden Fall. Wir brauchen ein Torgefängnis. Willkommen in Berlin, sage ich Ihnen. Deutscher Meister, 24. Dicker, stand auf unserem Plakat. Und 1970 Mars-Competition-Winner. Hertha-Beastie. Da hat es ja 2006 so eine Werbe. 16, 16. Bei 16 war das? Ja, ja. Nein. Doch, doch. Das war mit dieser Investitionsphase. Ja, die hatten da so eine Werbekampagne, wo dann steht, Hertha, Berlin, Deutscher Meister, 2024. Ja, die haben wirklich... Auf Joke, so einer auf denen. Was heißt Joke? Sehr, sehr peinlich. Was? Ich schwöre, die haben schon... Jeden in der zweiten Liga. Das hat auch, als ich Kai Bernstein-Abi getroffen habe, und er meinte, das Wichtigste für ihn ist, dass dieses Zukunft-vom-Berlin-Ding wegkommt. Weil wir hatten ja so eine Zeit lang Zukunft von Berlin, Zukunft von Berlin. Und Digga, wenn du so etwas so sagst, gefühlt, dann passiert eher das Gegenteil. Dann wurde halt Union die Zukunft. Ja, und es ist halt Union, ne? Was sagst du über Union, Äh, Joni? Na, weiß ich nicht. Schon ein geiler Verein. Ich war einmal im Stadion, weil, äh, hier, Levin Etzenar, die mein Abi auch da gespielt hat. Ah, letztes Jahr noch, ne? War ich mal bei ihm. Ah, geil. Genau, genau. Der ist jetzt auch, aber gegangen, aber ich weiß nicht, glaube ich, hat noch keinen Verein. Nee, er ist noch vereinslos, glaube ich, aber Levin war bei Mainz auch, stimmt, ihr kennt euch von Mainz, ne? Genau, genau, von Mainz. Ah, stark, stark. Aber ich, also ich habe jetzt nicht so viele Spiele verfolgt, aber er hat auch sehr wenig gespielt, glaube ich, ne? Übelst, übelst, ja. Leider, ja. Bei, äh, Union, obwohl er eigentlich übertrieben guter Kicker ist. Du weißt, wie das ist. Aber, äh, Stadion war auf jeden Fall cool. Atmosphäre, alles drum und dran, wie es gemacht ist auch und die spielen jetzt Champions League, man ist halt. Ja, muss man den schon lassen. Die haben schon eine krasse Atmosphäre im Stadion und so. Das ist halt auch... Und Stadion, glaube ich, wollen sie jetzt umbauen, oder? Oder ein neues Bauen. Die werden Champions League im Olympiastadion spielen. Die sollen nicht mal verpässe. Joni! Joni, wenn du kommst, wir gehen mal härter, dann kannst du doch nochmal über härter sagen. Wie viel kann denn in Dynamo Dresden ins Stadion? 40, 50 K, sowas, oder? Nee, nein, bei uns sind 30. 30. Boah, sieht mal viel groß aus. Dafür machen die so eine Show da immer, Alter. 32, glaube ich, passen rein, dann mit diesem Puffer vom Gästeblock dann immer so 30. Krass, Alter. Nein, Mann, also Stimmung ist unnormal. Das ist ja, wie gesagt, geil. Du hast ja wirklich einen Verein, Traditionsverein des Grauns. Ihr habt auch, muss man sagen, war ja trotzdem an sich eigentlich, auch wenn der Abschluss jetzt ein bisschen suboptimal gelaufen ist und man nicht aufgestiegen ist, habt ihr ja wirklich dann noch eine geile Rückrunde gespielt, paar übelst wilde Momente sicherlich mit den Fans gehabt und Dynamo-Fans. Musst du mal erzählen, wie ist es, so eine Horde im Rücken zu haben? Wie pusht das dann auf den Platz? Also, so Traditionsverein kann immer so ein bisschen so Fluch und Segen sein. Zum Beispiel, wenn es halt mal nicht läuft und so, kann es jetzt auch nicht so nice sein. Aber, wenn es halt läuft, dann ist es schon brutal. Am Anfang haben wir ein bisschen die Fans wieder nach dem Abstieg, also letzte Saison nach dem Abstieg, erst wieder so hinter uns bringen müssen, sage ich mal. Da waren es auch noch nicht so übertrieben viele im Stadion, auch als es nicht so gut lief in der Hinrunde und wir so ein bisschen reingeschissen haben auch. Aber dann eigentlich Rückrunde, wo es dann nochmal um Aufstieg ging und so die letzten fünf, sechs Heimspieler, glaube ich, waren auch immer fast ausverkauft. Ja, also für dritte Liga muss es halt, wir müssen sagen, dazu ist es dritte Liga halt, wir reden hier nicht von einem Wuli-Verein, da kommen trotzdem knapp 30.000 Leute hin. Ja, es soll nicht arrogant klingen, aber es ist halt nicht dritte Liga eigentlich der Verein, so muss man einfach so sagen. Ist nicht, ist nicht, ist nicht, ist so wie Hertha nicht zweite Liga ist. Ja, aber alles, ne? An sich passt es nicht. Bei Hertha habe ich mir auch gedacht, vielleicht ist es für die mal ganz gut, wenn die mal runterkommen, aber also. Hat man auch bei Hamburg gesagt immer dieser, deswegen ist es auch so mein einziger Ding, wovor ich Angst habe, aber Hertha hat nicht so krass die letzten zehn Jahre rumgestruggelt da unten, wenn die mal scheiße gespielt haben in den letzten 20 Jahren, sind die auch abgestiegen. Hamburg hatte dieses Ding, dass die nie runtergegangen sind. Nie. Ja, das stimmt. Das stimmt. Nein, ansonsten ist es schon geil, auf jeden Fall. Was sagst du jetzt zu Elversberg? Zweite Liga. Boah. Möglichkeit für die oder kommt die wieder schnell zurück? Ich sage, wird schon nochmal schwerer auf jeden Fall für die. Die werden jetzt nicht so easy durchgehen, aber kann auch sein, dass sie eine gute Saison spielen. So Lautern ist zum Beispiel auch gut gewesen, ist die Saison relativ, haben einstelligen Tabellenplatz. Schwierigste Saison ist eh mal so die zweite. Die zweite, ne? Wollte gerade sagen, die zweite ist immer noch viel schwerer gefühlt, ne? Ja, ja, weil da können die noch ein bisschen so diesen Aufschwung und sowas mitnehmen und ich habe das Gefühl, aber ansonsten, in der NFL zum Beispiel ist es auch immer so, wenn ein Spieler das zweite Jahr spielt, das zweite Jahr ist immer das tougheste Jahr, weil die Trainer und die Teams von den anderen Vereinen, die können sich dann auf dieses Team besser vorbereiten, weil die dann ein Jahr Tape gesehen haben von denen und dann auch noch viel besser analysieren können, was die in diesen Zonen machen und dies und das auf denen. Aber da sind schon viele Spieler, die schon lange dabei sind bei Elversberg. Die sind schon, glaube ich, seit ein paar Jahren die meisten Spieler zusammen. Die sind krass durchmarschiert, ne? Ja, die sind ja auch Meister geworden. Ich habe mit Mainz 2 noch gegen die gespielt, in der Region. Krass! Da haben wir ein paar Spiele gemacht. Ich habe auch sogar heute Videos von dir gesehen, Joni, von Tape von ein bisschen früher noch, mit Bayern. Ich gucke so Interview und dies und das und du weißt bestimmt, welches Interview direkt, oder? Ja, ja. Man sieht so Ribery und so im Hintergrund. Tschüss, das ist ja ein Flex, Digga. Das sieht peinlich. Trotzdem Flex. Digga, du warst schon wirklich in dieser Prime-Bayern-Phase auch bei Bayern da. Das darf man nicht vergessen, Alter. Aber ich war nicht in diesem Film mit so einer Flex und hier, ich poste 100 Bilder mit denen und so, weißt, aber... Das ist ja auch besser, wenn man sich ein bisschen... Ich finde es eigentlich bei dir geil, als Münchner Junge, erst mal, dass du keinen Dialekt hast, das Grauen ist, ist schon mal sehr stark. Erst mal ein W in den Chat für Joni, dass er hier nicht reift und du sagst, oh man, treffst du dich? Come on, Digga, bayerischer Dialekt so hart ist schon top-notch anstrengend. Top-notch anstrengend und er redet Hochdeutsch. Aber gibt schon anstrengende, bin ich dir ehrlich. Was ist der Schlimmste für dich? Wir haben heute noch darüber gesprochen. Er ist doch jetzt in Dresden, die reden doch sächsisch in Dresden. Das ist doch auch schon sowas. Endröse, das ist ja auch schon so ein bisschen, was sagst du? Maman Güter. Also ich meine, er darf jetzt nichts dagegen sagen. Er darf gar nichts sagen. Ich finde, man kann auch nichts dagegen sagen. Es ist so eigen, dass es irgendwie schon wieder geil ist, das anzuhören, aber es ist schon crazy. Es ist schon, wenn die da mal in der Bahn mit dir fahren und dann immer so Aber ich schwöre dir, Christian Streich zuzuhören ist doch auch wirklich tappend. Aber das ist auch geil, ich feiere das. Wenn die Dialekte so richtig hart sind, dann ist es halt anstrengend zu hören. Egal, welcher das ist. Ja, aber er hat so was special mit diesem Übertreibt, oder? Also schön bayerisch ist schon auch sehr krass. Die Wiener sind auch schon ein bisschen gut. Das ist ganz schön müh. Aber ich liebe das, wenn ich so Videos sehe und ich erwarte nicht, dass die im Dialekt reden und plötzlich reden die so sechzig und der Weiß ist immer weg, das ist schon geil. Das ist schon lustig, auf jeden Fall. Nein. Es gibt schon ein paar Dialekte, aber... Als Münchner Junge wollte ich sagen, ohne Dialekt ist das erstmal richtig cool. Aber was ich noch viel cooler finde, ist zwei mega Feine, also in der Jugend, 1860 und FC Bayern und dann trotzdem Komfortzone verlassen, auch Moven, weil du merkst ja auch, die Sportart ist tough. Ich meine, du hast ja wirklich mit denen, also ich glaube, mehr Konkurrenz als FC Bayern geht ja wirklich gar nicht in ganz Deutschland. Das ist ja so, wie wenn du bei FC Barca in der Jugend bist. Der Fight dort mit den Leuten, vor allem oben, wie selten auch Bayern wirklich dann Leute hochnimmt und so eine Story wie Kimmich dann auch mal passiert. Deswegen finde ich es auf jeden Fall mega nice von dir, diese Komfortzone verlassen, auch mal Moven, Standorte wechseln. Du warst jetzt auch schon ein bisschen unterwegs. Deshalb feiere ich auf jeden Fall sehr. Mega korrekt, dass du vorbeigekommen bist. Kuss auf jeden Fall. Ja, voll cool. Können wir in Zukunft öfter mal machen. Ja, gerade so nach dem Spiel. Das habe ich jetzt auch mal gecheckt mit Discord und Telegram. Gerade nach dem Spiel ist es halt sehr geil, wenn du einfach mal kurz hier reinkommst. Wir sagen, Joni, wie war es? Ich gucke ja dann auch deine Spiele, dann kann ich sagen, Bruder, linke Seite, da geflitzt, was da passiert, was hast du da gesehen? Linke Seite, Bank geflitzt, Barz, Bank. Bruder, du bist da gekommen, linke Seite. Ich würde mich freuen, wenn ich öfter vorbeikomme. Natürlich, wir freuen uns sehr. Danke, dass du dabei warst. Prost, Dankeschön, Joni.